Oh mein Gott, ist das wieder viel Klickerei, Alter. Wie beim Baumstimmfällen. Auch beim Gebär. Ja, dann fangen wir mit her damit. Let's go. Ja, komm. So, und jetzt hier hoch. So. Ach nee, ich muss ja den Hammer in die Hand nehmen, sonst funktioniert es ja nicht. Okay, ich könnte hier noch eine Wall bauen. Woodwall. Nee, hier nicht dran. Nee, hier auch nicht. Nein. Muss man wahrscheinlich von hier gucken, was das wird. Genau. Nein. Nee. Wobei, ah, Window ist eigentlich hier doch ganz gut. So. Sehr schön. Gefällt mir, muss ich sagen. Äh, Windows. Vor allem so ein Window-Ding kostet viel weniger. Es ist viel klüger, Window-Ding zu machen, als eine richtige Wall. Dann baue ich hier noch Walls ein. Wie viele Dinger habe ich jetzt noch? Gar keine, wa? Ich könnte die aus Driftwood-Dingern bauen. Ah, die sind jetzt, wie die spawnen, wie es nur scheint. Oder? Ah nee, da drüben sind noch ganz viele. Oder hier, hier sind noch so eine Dinger. Driftwood-Locks, wenn ich die kaputt mache, dann kriege ich ja so eine Driftwood-Sticks und aus denen kann ich ja auch was bauen. Geh kaputt! Meine Güte. Geh kaputt, verfickte Scheiße. Und du auch noch. Driftwood-Lock. Press E to pick up. Aber das ist zum Beispiel, kann man bei The Force zum Beispiel nicht machen, dass man locks, wenn man auf den rumkloppt, dass die dann zu Sticks fallen. Jetzt habe ich hier ordentlich viele Driftwood-Sticks. Ich muss ja den Hammer in die Hand nehmen. Geh mal zurück. Hup! Warum sieht das nicht allzu beschissen aus? Driftwood-Wall. Driftwood-Half-Wall. Krass, das gibt es auch. Die sieht dann so aus. Naja, ihr könnt ja hier nicht auf Schönheit achten. Komm. Spiel überlegt mal, genau. Da fehlt noch was, also musst du da was inbauen. Cool. Okay, jetzt haben wir das. Dach kann man nicht hier drüber bauen, oder? What those archers? Oder kann ich hier zum Beispiel mit dem... ähm, mit dem... mit dem Zeug was bauen. Ja, kann ich tatsächlich. Aber dafür brauche ich... ...gan schön viele Driftwood-Dinger noch. Damit das jemals funktioniert. Okay, ich wollte mir noch ein Bett bauen. Achso, hier oben. Äh, komm her, Bett. Palmleaf 6, Lashing 4 und Woodstick 6. Ich glaube, da müssen wir mal eine Palme fällen. Fällen, damit das was wirkt. Nehmen wir doch mal gleich die hier. Machen wir mal so. So, jetzt kommt die wieder Stück für Stück aus dem Boden heraus. Und fällt. Oh, jetzt wird gehackt. Oh mein Gott. Verbraucht das viel von der Axt? Oh, Alter, die ist schon ganz schön down. Komm schon. Go for it. Lock. Ach, mal verarbeiten. Mal die erst mal hier zu... ...dings bumsen. Zu... Wie heißt das denn? Sticks. Geschön. Und die Musik setzt wieder ein. Das ist dramatische Musik. Vor allem, dass die Schatten so flimmern, ist komisch. Was soll das hier noch abmachen? Palm Top. Mal an die Palmblätter ranzukommen. Und weiter drauf einschlagen. Auch wenn es schon abgefallen ist. Weiter drauf einschlagen, damit wir an die Blätter rankommen. Falsch. Es ist falsch. Wir dürfen nicht. Okay, wir müssen erst... Wir müssen hier erst bauen. Also, Hammer in die Hand nehmen. Ja, na klar. Was war das denn gerade für ein Piepston? Oder kam der von draußen? Was war das denn? Ja, hier. Craft. Ja. Äh. Craft. Guck mal hier in die Ecke rin. Guck mal hier in die Ecke. Dann machen wir es eben da hin. Hier wächst eine neue Palme. Geil. Okay. Nächsten. Lock. Kloppen. Ich frage mich, ob wir auch so Sachen finden können. Also, so eine... Story-Sachen. Wie zum Beispiel bei der Forest findet man ja... Muss man ja seinen Sohn finden und so. Man kann das Flugzeug finden. Also den... Das Cockpit und so weiter. Floor. Ach nee. Ich muss ja erst den Dings in die Hand nehmen. Ich hab den Hammer weggeschmissen. Bin ich bescheuert? Wo ist der Hammer? Wo ist der Hammer hin? Ich hab jetzt nicht ernsthaft den Hammer irgendwo weggeschmissen und der ist jetzt weg. Oh nö. Ich find doch keine Steine mehr. Das ist jetzt doof. Sehr doof. Denn dadurch kann ich ja nicht... Komm ja nicht hier hin, weil ich ja... Für den Hammer... Mann. Das ist doch behindert. Was soll der Scheiß? Wo ist jetzt hier der Kackhammer hin? Mann, ich hätte nur noch hier ein paar Bäume... Wenn wir nur da noch ein paar Sachen machen müssen. Kann ich nicht ausrüsten. Ist wieder alles full. Woodsticks. Fruit eggs. Was brauche ich nochmal alles für ein Bett? Brauche ich noch ein bisschen Lashing und Palme muss ich definitiv noch fällen. Zum Beispiel die Pfeile. Die Pfeile brauche ich ja zum Beispiel nicht. Ach doch, ich lass die mal drin. Ich hol mir jetzt noch eine Palme. Da muss ich aber weit laufen. Da hab ich schon alle gemacht. Vielleicht find ich ja unterwegs ein paar Steine. Ist ja sehr hilfreich. Da kann ich die Palme schon fällen. Ja. Kann ich schon. Sehr schön. Gibt dann vielleicht nur ein paar Sachen. Lock. Ach nee, guck mal. Auf einmal ist sie ausgewachsen. Cool. Ich brauche hier Palm Top. Brauche ich. Und dann brauche ich noch ganz viel Lashing und so ein Zeug. Aufwollt. Jawohl. Ist schon mal ab. Muss nur noch so weit bringen, dass es fertig ist. Komm schon.